Ende letzter Woche, vorletzte Woche, die Woche davor, nächste Woche, diese Woche und übernächste Woche und alle anderen Wochen auch. Du hast immer weniger Angst, glaube ich, weil man immer öfter Sachen durchlebt hat und weiß, wie man sie regelt. Aber es kommt ständig irgendwas, also jetzt eben so ein bisschen Angst, nicht so richtig Angst, aber es ist halt jetzt so dieses große Projekt, das reingekommen ist, wo ein Teil Unbekannte dabei ist, da habe ich so ein bisschen Angst davor. Aber ich gebe mich jetzt nicht dieser Angst hin. Also Angst kann man ja haben und sich ihr hingeben und in Embryonalstellung auf dem Boden liegen, also im schlimmsten Fall. Oder man sagt halt, okay, fuck, ich muss das definieren, also aus dem Unbekannten was Bekanntes machen und dieses Bekannte dann angeben. Das machen wir jetzt gleich nachher. Ja, und sonst, ich weiß noch, als ich den Pitch gewonnen habe, Ende 2014. Also einer der größten Kunden. Einer der größten Kunden heute. Der wird immer kleiner und vor allem der größte Kunde damals, da hatte ich einen Freelancer, der schon länger für mich gearbeitet hat und der ist mir mitten im Projekt, mitten in der kritischen Phase abgesprungen. Und das war halt ein 30.000-Euro-Projekt. Das war ein Riesending, dass man ein Fünftel des Jahresumsatzes. Das war das Riesending bei diesem großen Kunden, das wir gewonnen haben. Das sollte uns alle Türen aufmachen für eine langjährige Zusammenarbeit und, 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 und. Und dann steigt dieser Penner aus. Und zwar nicht so, hey, wir müssen reden, ich glaube, ich bin raus aus dem Projekt und so weiter, hast ja noch ein paar Wochen, mich zu ersetzen und dann bin ich raus, sondern einfach so von heute auf morgen nicht mehr gemeldet erst mal, nicht geliefert, die zugesagten Lieferungen nicht geliefert, also ein Riesenstress verursacht. Da hatte ich Angst, dass ich das verkackt und da, ähm, ungelogen. Ich hatte ganz kurz so Fluchtgedanken auch, also so, fuck, einfach weg hier jetzt, das Geld nehmen und ab auf eine sonnige Insel irgendwo. Mit dem Geld komme ich lang genug durch, so. Also da, in der Sekunde schießt dir so ein Ding halt kurz durch den Kopf, ne, und dann habe ich aber an dem Tag direkt Schluss gemacht, bin verzweifelt nach Hause, hab, ähm, mit meiner Freundin darüber gesprochen und hab wieder irgendwie dieses Ding halt so für mich definiert, die Herausforderung, also in Einzelschritte aufgebrochen und bin diese einzelne Schritte dann angegangen und hab's gerettet quasi. Und das kommt oft genug, 2015, mega Angst gehabt, ich weiß noch, ähm, wie ich Leute entlassen musste, wie ich, ähm, das Gespräch, das erste Gespräch hab ich mit Julian gesucht, ähm, das war richtig hart, so eine harte Überwindung und Angst vor diesem Gespräch und so weiter, aber da war genau das Richtige halt, ähm, zu sagen, fuck, wir sind in Schieflage gerade, mächtig, äh, ich hab Angst, das Ding geht kaputt, ich will aber weitermachen, durchziehen, so, was machen wir jetzt, ein bisschen zusammenhalten, das war, das waren krasse Momente. Ja, und dann halt ständig irgendwie, manchmal, pfff, das ist keine Angst, also das war eher so ein bisschen Angst, aber dann kommen so, so tiefgründige, so Aufregungszustände, so Nervosität eher, also sowas so vor, so, ich weiß noch, der Pitch, so, da war ich wie auf Drogen, also da war ich nicht mehr ansprechbar, so davor, da hab ich nur noch gekichert und so, also, und dann sind wir da rein und dann machen wir einen Modus, aber da so, tut, also übel, und also so extreme Nervosität gibt's schon noch hin und wieder, so kurze Momente, aber ist halt so.